ARD Text im Auftrag von Funk Ich hab jetzt gerade ein bisschen... Moment... Okay... So... Okay... Okay... Drei... Zwei... Eins... Boo... Boo... Was ist das? Hier... Wer ist das denn? Ja... Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge wie du gehst Ultimate mit Martin und... ja und wie ihr seht hat Martin schon auch ein bisschen weiter hier gemacht und... ja es sieht hier alles ein bisschen perfekt aus muss ich ehrlich zugeben und was ist euch aufgefallen? Ich hab ne andere Rüstung... ne die habe ich schon länger hat der Martin mir geschenkt also hat er mir gegeben das hat sich... das hat sich... das hat sich... na gut... ich hab's einfach mal... oh oh... gut... manchmal kann Martin... Martin kann mich auch... guck mal die Spinne kann man auch sogar... na gut... ich hätte mir jetzt nicht fallen lassen... Martin kann auch beispielsweise jetzt irgendwie wenn ich hier stehe kann er mir auch irgendwie was abbauen hier und dann fall ich halt mal runter... und dann... drück ich F... und ich kann fliegen... nämlich das... oh oh... nein... nein... hm... ich komm schon nie raus... ja... stehst du denn... über der Treppe fest... äh... ja ich bin frei... unter dir ist der Lauf steht gewesen zur Treppe... ah... Zombie... der muss mal rekehren... rein... rein... los... mal runter... tschüss... komm... mal runter... oh... er lebt noch... oh... ja... den still kann man nur runterfüllen und erleben... ui... und... ja... das ist richtig cool... mit meiner... oh... nein... nein... da hinten ist die Treppe... ich weiß... ich wurde eigentlich ganz... nein... ja... und da sind noch Wer-Zombies... ja... also diese... nennt man... Nenu-Suit... Boots... das ist ein richtig cooler... äh... richtig coole Rüstung davon... und... oh... ja... deine... Dings ist kaputt gegangen... ja... ich hab's schon gehört... ich hab's schon gehört... er stirbt schon... runter mit dir... runter... 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 tschüss... ja... ich hab' einmal in meiner eigenen Welt eigentlich... mit den... mit den... mit den... mit den Tumini-Items... sozusagen... Mob-Spawner... mir halt gesheetet... sozusagen welche... um... eigentlich... ich hab' keinen NPC drauf gefunden... in dieser Map... oder... wohl eigentlich... keinen NPC drauf... wo es geraten hat... aber ich hab' mich sozusagen... diese... Zombie-Spawner alle aufgebaut... hab' da immer sozusagen... auf die Nacht... so zuhören... halt... um... dass... ich... da... oh... mein Internet ist so schlecht... ob... saffung... Creeper sind auch hier... zwei Spielsorten sind ja noch hier da... oh... oh... der Creeper ist ja auch... oh... hier sind noch mehr... oh... ist noch... noch mal ein paar... ich weiß nicht... das ist gerade... äh... Entschuldigung... das ist keine andere... oh... sie müssen denn hier... Monsters hier sein... kommt Fall runter... Creeper... Creeper... kommt Fall runter... ah... es leckt so... was hab' ich ein... oh... ja... klar... Scheiße... und... Manu ist geliebt... nee... ist doch nicht... oh... Mann... warum fällt der Creeper nicht runter... nur... weil's rumhängt dann... ja... das ist natürlich das Problem... das war dieser weg... tschüss... jetzt... ja... jetzt komm ich auch mit... hui... nein... ich stirb schon nicht... ah... wie man die holt... wie man die ja auch baut... wenn du holt... wenn du holt... dann wirst du hier sehen... oder was sie alles für sie benötigen... ach... runter mit dir... runter... runter da... äh... runter... 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 oh... schade... weggeboxt... totgeboxt... die Spende... hab die Spende... totgeboxt... das ist eher dafür dass die einen Retroader... ah... eh gut... ich guck mal so lange an meinen... hoppen... der hat ja einen riesen Kopf ey... wie viele Pfeile habe ich denn noch... oh... zwei noch... nein... das ist nicht gut... das ist nicht gut... oh... warte mal her... muss das Fleisch noch so... hab ich mal kurz mit... dann führte ich mal kurz damit... mein Hund... hm... ja das mach ich dann wohl... aber nicht so... dass ich das Haus... wo ich so abschließe... sozusagen dann... weil ich die nächsten Stock... wieder dann... erst später an dir... so... wie sieht es mit meinem Feld aus... oh... uuuh... 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 jetzt mal weiter... na hier... auf ne sehr lange Ernte... dauert immer sehr lange dein Feld zu ernten... oder? was dann diese Dinger hätten sollen... hey... so... führte ich jetzt mal hier wieder... so... ja... ja... dann... ja... so... dann... wir... hier... jetzt mal hier... wie ist das Küken da falsch kommen hey ist ausgebrochen rein mit ihr los rein mit ihr Küken wir nutzen Küken du hast noch einen Fädern du hast du dann hier die Fehlerproduktion ja so ich hab zu viele von diesen Eiern davon oh Gott verdammt say goodbye so so dann müssen wir die schlachten so 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 Wir haben ja noch Pilze, die du vielleicht noch eingesammelt hast Ich glaube, es müsste dann ein Pilz, nicht mehr ein Sumpf-Biom, in der Nähe der Borg zu sein Dort müsste es, glaube ich, eines sein Guck mal kurz Ey, hier ist Pilz, hier ist ein Pilz, ich brauch nur einen Pilz 39 Ich muss, äh, das hier Zucker Obwohl, ich kann das doch eigentlich quasi Hey, das muss ich rein, hast du da? Ich habe ja eigentlich quasi nur mein Zucker, wenn das, das... So, ok Ich gehe dann mal schnell wieder zu meinem Ding Zu meinem Keller oder Bunker Zu meiner Keller-Festung Wie soll denn, wenn du dann mit Iridi und... ... oder mit so... ... wie Fein-Stone umtreißt oder wie? Ich meine, weil es der Bunker... ... hast du dann wie Fein-Stone um deinen... ... um deinen Keller drum herum gebaut schon? Ähm... Gut, ich habe hier ne... ... keller Festung und dann hier bei der Eisentür... ... ist hier der Bunker mit Kisten und so, wie du... Ich meine, weil, wie Fein-Stone oder Iridi und Fein-Stone... ... hält nen... ... wohl Atombomben eigentlich bestand ... wo stand da grad drauf? Guck mal... ... ähm... ... was wollte ich denn... ... was ist da? Ach... ... ach... ... ich muss die Nachtsicht... ... ach und der Nachtsichtdings muss ich starten... ... ach nee... ... jetzt habe ich mehr Schwäche davon... ... ähm... ... okay, warte mal... ... ich hol mir mal das jetzt... ... das ist Schwarzpulver... ... könnte ich damit... ... das werfen... ... also zum Beispiel von den Gegnern... ... also ich meine von... ... von Zombies... ... von Monsters... ... von nur... ... Trachenei... ... mit so einem Trachenei... ... mit so einem Trachenei... ... mit Trachenei... ... kann man ja nix anfangen... ... kannst du nur einmal... ... antatschen... ... und dann ist es irgendwo weg... ... hier... ... pfff... ... so... ... ich würde nur noch... ... in einem Moment... ... ich hätte jetzt mal aufzüttelt... ... also jetzt... ... muss ich noch mal einen neuen machen... ... oh ne... ... wahrscheinlich... ... gar nicht... ... ähm... ... Gott... ... ich mach halt noch... ... ich muss gucken was... ... ähm... ... ach Gott... ... ich brauch noch Zucker... ... die Füße... ... eh... ... go... ... ich hoffe mal... ... du hast nur Spinnenauge... ... wenn ich dann... ... na gut... ... schalte auf... ... Spinnenjagd gehen... ... ich glaub ich... ... schätze mal etwas... ... unten ist doch der... ... in der Spinner... ... ich kenne es... ... ich kann das zwei... ... ich kann das sehr theoretisch anschmeißen... ... Fackeln abbauen und da... ... Spinnenfarmen... ... noch viel Spaß... ... wir sind auf Nahrung... ... weil sie... ... verteilen im Gift... ... hier ist ja... ... hier ist schon eine Spinnenarme... ... so... ... na... ... der Boden ist fast... ... aus... ... Pots... ... schmal... ... oh Gott... Oh, das ist ein Creeper. Oh, ne, nein. Ich muss noch mal... Mach ich hier schon? Der ist noch nicht fertig hier. Ach, ne, das muss ich rein machen. Dann kann ich das schon mal reinmachen. Das ist ja so blödlust der. So. So, Boden verlegt. Red Eliminat braucht seine Leckwand. Und dann... Na ja, hoppala. Den wollte ich gar nicht drücken. Aufnahme hier? Hi. Hallo. So. So. Yes, jetzt alles. Nice. Okay. Okay. So. 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 Ich bin jetzt halt nicht auf Geschleim hast du nicht? Warte mal, hab ich mich jetzt grad nicht... Ich muss noch mal... Hast du wieder diesen... Nee... Nee, den hast du nicht... Nein, nein, keine Herstandswerte, dass ich sie wieder gewöhnen kann Wie ein Schleimwagen! Oh Gott Hab ich jetzt nicht geguckt, ey Und wo ist Longsnob? Longsnob, Longsnob Krieg schon Longsnob Ach, da braucht dieses Ding Okay, warte mal, das hast du ja da Wir haben doch die Place... Die Placebox 15 noch da vorne Für die Müge So, jetzt haben wir's So, los geht's Oh Ach So Wieder mal 3 Hunger Meinst du, dass wir noch 3 Hunger Hast du lebt? Ja, dass ich noch 3 Hunger Leisten noch hab So So, was will ich jetzt nicht? Achso, ich wollte er jetzt... So So Irgendwas los, okay Passt rein hier Okay, dann mal rein damit So 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 Aber was aber ist Wir sind schon wieder am Ende der Folge an der Land Hm Na gut, mach Schauen Und Zack Yeah Voll Distanz Nice Jetzt machen wir Hier nochmal Wohl Ne, jetzt müssen wir doch ran Glaube ich Und dann Das hier Und jetzt Acht Was passiert? Das wird noch dauern Hm Ich hab's geschafft Jetzt haben wir wieder noch neue Getränke Getränke Jetzt haben wir wieder noch neue Getränke Ja Dann würde ich sagen Das war's erstmal Und Ich würd mal sagen Wir sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder Ähm Danke fürs Zuschauen Und Sehen uns beim nächsten Mal wieder Haut rein und Tschüss